Ehe Dortmund gegen Athletiker. Ja, soviel sind ja nimmer da. Ja, da wollt man wissen. Alter, das darf ich jetzt nicht so laut sagen, aber heute ist der Postlerbeil, Alter, früher da. Das hätt er nicht das letzte Mal machen können. So, who's home, who's outside? Dortmund home. Dortmund home. Athletiker out. Hoffentlich. Hoffentlich nicht. Nach dem Spiel. Ja, nach dem noch nicht. Ja, hoffen schon. Oh. Gott sei Dank, weil er jetzt nicht so verblieben ist. Oh. Das geht nicht. Aber Gott sei Dank nicht tot. Oh. Oh. Nein. 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 Ohhhhhhhhhh Immer schon Dank der Torwart von elf Meter Da gibt es ein Buch sogar Echt? Hm Ups Wup 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 Ich meine, ich möchte es nicht verscheiden Aber bis jetzt hatten wir keine wiederholungsspiele Nein Warum? Achso. Na ja, weil es immer so ausgegangen ist, dass die Mannschaften weitergekommen sind, glaubt. Generell aber ein wenig. Viele haben wir noch nicht gehabt, oder? Nein. Mit dem zweiten Turnier-Treffer schießt hier mal die Dortmunder hin. In der Dortmund macht das Match hier gut. Oh! 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 Das Wort ist zu sehr. Oh ja, oder? Oh! Soll ich jetzt nicht zählen? Oh, oh, oh! Das war unnötig, das war unnötig! Oh! Oh! Oh, oh! 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 Kimi! Ich sag mir, das bereut jetzt. Oh! das war doch nicht so schön raus die Füße die Null wäre natürlich sehr wichtig Gut, schon konnte er jetzt hier. Oh, ja da. Nein. Zehnter Turniertreffer, Erling Haaland. Der Verteidiger zieht weg, statt dass er hingeht. Stork, Stork von Dortmund, können Sie es vielleicht jetzt wirklich rüberbringen? Mein erster Finaleinzug von Ihnen haben wir noch den 135 Minuten im Weg. Oh, ja da. Oh, konstant. Ciao. Stork. Stork. Nein. Ich muss auch sagen, Athletik Madrid ist nach Barcelona, die einzige Mannschaft ist geschafft, zwei Folgen folgenden Turnieren ins Halbfinale zu kommen. Okay. Hier ist ja schon mal was. Oh, ja. Da ist doch mal ein... esto. No. Ja, das war jetzt nicht so, ne? Tschau. Alter, das sind immer Spieler von dir, das gibt's ja nicht. Ja, das war jetzt nicht so, ne? Nein, du hast ja nicht so, ne? Alter! 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 Das verstehe ich nicht. Pass von ganz hinten, Alter, und das ist so frei. Das verstehe ich echt nicht. Warum nicht? Na ja, du kannst den nicht ganz vorne sagen, wenn du mal dort bist, Alter. Ja, ähnlich. Das verstehe ich nicht. Aber ich sehe, ob er frei steht oder nicht. Und wenn er frei steht, schicke ich ihn einmal. Und dann läuft es seelos zum Ball. 14 Minuten noch. Ja. 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 Ja! 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 Alter, lass doch weiterspielen. Nein, Gott sei Dank. Das ist mir nicht verkundet, Alter. Das habe ich gehofft. Das war aber wenn, dann sehr knapp, Alter. Nein, das war schon fast ein ganzer Körper. Schon? Ja. Sonst hätte ich es nicht, sonst hätte ich den Tom mal nicht mehr rauskommen, aber ich wollte halt, dass du wirklich passt, weil ich den Tom mal rauskomme und so, dass du dich entscheidest für den Pass. Aber jetzt. Aber jetzt. Nein! Wieder Abseits! Was? Wo war das Abseits, Alter? Wo war das Abseits? Boah! WTF, Alter! WTF, Alter! WTF, Alter! WTF, Alter! WTF, Alter! WTF, Alter! WTF, Alter!